Hallo und herzlich willkommen zurück bei Seventies. So, wir haben doch noch eine bessere Türe. Ja, das Eisen oder das Stahle Eisen, müsste es sein. Machen wir mal sicherheitshalber das da und nehmen wir beides mit. Einfach nur sicherheitshalber. So. Na, ich brauche einen Cobblestone. Ähm, gehen wir mal da her. Und hoffen wir mal, dass das uns schon ein bisschen hilft. So. Ernten wollte ich. Ne, ernten. So. So, das kann man mitnimmern. Das kann man alles mitnimmern. So. 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 Oh, das sind 7 weniger. Vier Samen haben wir da wieder rausgekriegt. 7, 8. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20 oder 6 ist ok. Da fehlen noch fünf. Ja, da fehlen noch drei. Ja, ok. Ich gebe als erstes einmal das Zeug weg, also geernteten. So, wie sieht das aus? Rote Blümchen. Ja, würde ich sagen. So. Kürbische. Ja, nein. Hopfen. Da haben wir jetzt auch 609. Da haben wir auch mehr. Yoko. Yoko. Genau. Von Miros Yoko kannst du anpflanzen. Kannst von Miros auch anpflanzen. Kannst von Miros auch anpflanzen. Ja. Ja. Ich bin halt leider keine Samen anbauen. Ach, kann ich. Ach, kann ich. Ah, ich kann ja. Okay, gut. Na dann fangen wir damit an. Zum Anpflanzen kann ich aber jetzt ruhig auch mich an, also meine Sachen anziehen. also für? Gut. 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 Gut, aber dann hätten wir hier noch die. Gut, aber dann hätten wir hier noch die. Nehmen wir mal die Lua. Nehmen wir mal die. Eins, zwei, drei, vier, fünf machen wir da immer gut. 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 Okay, dann können wir den Rest anbringen. Das dürften wir jetzt zumindest ziemlich ungestört machen. Gut. Ich habe gerade einmal tausend Lehm. So. Okay, die wollen wieder was zum Einschmelzen haben. Was hätte man zum Einschmelzen? Wir hätten hier noch Steine, Eisen, das A. Und natürlich jede Menge Lehm. Ja. Und ein bisschen Lehm rein. Mhm. So, was fehlt man? Das kommt bei Fallen rein, das kommt bei Mungi rein, das kommt da rein, ja gut, das heißt wir haben wieder ein bisschen Pflastersteine in Auftrag, ah es ist okay, was wir mal probieren könnten, haben wir noch mehr da, Pilser. So, wir könnten Spaghetti machen. Okay, ich glaube der ist hier beschäftigt. Die Dosen. Okay, da gibt es kein Rezept. Ja doch, gibt es aber schon. Okay. So, dann könnten wir das so machen, da kann man das zurückgeben. Wir holen nochmal kurz Wasser von oben. Mann, 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 Mann. Ich bin mal ruhig angenehm. Sollten wir vielleicht ein zweites Lagerfeuer bauen fürs Wasser. Mal schauen. Wie schaut's da aus? Ristenzombies haben erledigt. Kommen wir Mods vom Händler. Oh, wieso habe ich 125 Kürbisse in meiner Leiste? Ich glaube, ich habe die übersehen. So, ich würde mir nehmen. Mal kurz nachschauen. Hammer. Mal kurz nachschauen. Was ich habe niemandem, würde ich testen? Miss West. Können wir nicht reintun. Ach, das blockiert sich mit Beweglichkeit. Okay. Brauchen wir die Beweglichkeit noch? Okay. So. Ja, da musste man sein. Da haben wir jeweils noch einen Level. Stärke 7. Gut, das kommen wir auch bald. Haben wir mal geschaut, was du hast? Ganze Plattenmod eigentlich nicht. Weißt was? Wenn wir es haben, dann haben wir es. Na gut, das Piquita Spawn ist nicht glücklich. Okay, ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich bin dieses taktische Sturmgewehr. Ich bin gleich wieder da. So. Oh. Okay. Also die geben alle 337. Ich bin gleich wieder da. So. 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 Jetzt werden wir die Schina Munition ganz schnell verschwinden sehen. Oh, die Schafel hätte man noch verkaufen können. Egal jetzt. Am nächsten Mal dann. Da überlege ich mir jetzt echt, ob ich den behalte. Nein, ich bin jetzt auch bei ein bisschen ausgekommen ohne. Ich glaube, ich bin weg. Es ist immerhin ein Slot mehr. Sehr gut. Jetzt könnte man mal zum Questen fahren. Mal fünf Kilometer geht doch. Ich hätte halt gern das Auto schön langsam. Und wir müssen dran denken, wir haben Plastik verkauft. Das heißt, Plastik müssen wir jetzt wieder sammeln. Aber es lässt sich einfach so gut verkaufen. Wohl, er schickt uns in die Wüste oder dahinter. So, machen wir es sehen. Das ist doch nicht Wüste. Da. 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 Oh ja, hier ist es treu. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und bauen jetzt mal ab. So. So. Jetzt haben wir eigentlich mittlerweile auf Altstoffsammler. Okay, da brauchen wir auch eindeutig noch Punkte. Okay, die sind nur dazu gehängt. Nutularer roter Suppelschlepper. Oh no. So. 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 ein Samen weg, ein Samen weg, das gehört zu mir, den können wir wieder einlegen So, aber ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter, ich sage mal tschüss, ciao